Die New England Patriots haben offenbar einen neuen defensive Koordinator gefunden. Wie der Boston Globe berichtet, holt der Super Bowl Champion Greg Sciano nach Foxborough. Sciano wird der Nachfolger von defekte Defensive-Geordinator Brian Flores, der offiziell nur der Linnebuckers-Coach war. Dieser wurde am Montag als neuer Head-Coach der Miami Dolphins vorgestellt. Sciano arbeitete zuletzt als defensive Koordinator bei Ohio State unter Head-Coach Urban Meyer, der seinen Rücktritt erklärt hatte. Dessen Nachfolger, Ryan Day, hatte derweil keine Verwendung mehr für Sciano. Sciano war von 2012 bis 2013 Head-Coach der Tampa Bay Buccaneers, war in der Zeit jedoch erfolglos 11 bis 21. Davor war er von 2001 bis 2011 der Head-Coach der Rutgers University und coachte in der Zeit auch Bill Belichick's Sohn Steve. Bill Belichick sagte 2017 über seinen neuen DC gegenüber Mars Live, er ist einer der allerbesten Coaches in unserer Branche. Ich habe großen Respekt vor Greg, wie er sein Programm geführt und den generellen Job, den er gemacht hat. Bill Belichick, wie er sein Programmierer, der aus dem Knochen, der aus dem Knochen, der aus dem Knochen, der aus dem Knochen und den Knochen.